So, jetzt haben wir den weggeknallt. Das ist schon mal gut. Deckung, Deckung, Deckung. Okay. Der nächste ist platt. Vielleicht wird das ja jetzt doch was und wir könnten es schaffen. Aber ich sehe schwarz, ich sehe schwarz. Da fehlt nicht mehr viel und wir sind tot. Okay. Einer ist noch da. Wenn der uns trifft sind wir platt. Wow, wir haben es geschafft. Da haben wir aber jetzt wirklich Glück gehabt. Sorry. So, sammeln wir hier ein. Was hatte er dabei? Hier ist der Schalter. Genau. Und das Tor geht auf. Sesam öffne dich, endlich. Oh Mann. Und da können wir auch endlich speichern. Ähm, ja. Das werden wir natürlich auch direkt tun. Erstmal gucken, ob hier eventuell noch was liegt. Denn Energie ist nicht verkehrt. Aber egal. Wir speichern erstmal. Wichtig. Ganz wichtig. Wir speichern. Gut. Gut. Und. Äh, ja. Ist klar. Hilfe. Hilfe. Da ist er, da ist er, da ist er. Und er kommt in unsere Richtung. So muss das sein. So muss das sein. Der hat eine Pistole. Ah, das war natürlich sehr clever von mir. Aber egal. Wir haben gespeichert. Kommt noch was näher, Leute. Jawoll. Und die nächsten, bitte. Nein. Die Schrotfinde behalten wir natürlich. Ist ja klar. So, wir gucken mal. Was uns da drin erwartet. Was ist der Typ? Wenn wir hier sterben sollten. Dann ist das auch nicht schlimm. Okay. Er steht mit der Schrotflinte da. Da. Und beide weggeknallt. So muss das sein. Da könnten wir jetzt hingehen. Machen wir aber nicht. Wir gucken erstmal. Kommen wir hier durch? Leider nicht. Wir gucken erstmal, dass wir was finden hier eventuell. Medizin oder so. Äh. Leider nicht. Okay. Er hört uns da auch nicht. Wir haben aber gesehen. dass hier noch welche sind. Ja, ja. Ist klar. Ich muss in den Keller gehen. Und wir werden beobachtet. Oder doch nicht? Okay. Okay. Darum. Da ist der Schalter. So, dann lass uns doch mal gucken. Boah. Da sind so viele. Boah. Da sind so viele. Okay. Die Dreckssäcke. Die kommen nicht. Freiwillig. Hoch. Ähm. Dann wird uns wohl kein anderer Weg bleiben. Und wir müssen da runter. Lauf. Der Dreckssack. Der kommt auch nicht hoch, ne? Du kleiner Dreckssack. Da sind so viele. Scheiße. Munition ist auch kostbar hier. Okay. Okay. Wow, wow, wow. Lauf. Wir werden das nicht überleben. Wir werden das nicht überleben. Und don't. Okay. Das ging wieder nach hinten los. Ach ja. Das ist ein komisches Spiel. Lassen wir den doch mal hier hinkommen. Ja, jetzt kommt der nicht. Weißt du? Ah. Fuck. Lauf doch einfach mal hier hin. Hm. Mal so, mal so. die Leute hier. Okay. Da kommt der Erste. Und wir laufen direkt weg. Direkt mal nachladen. Okay. Die bleiben wieder aus unbekannten Gründen. Bleiben die hier stehen. Nein. Nur der liebe Gott weiß das. Warum? Und wir haben sie. Ah, man hätte es damals ein bisschen anders lösen können. Also sprich, dass man eventuell öfter speichern könnte. Aber leider ist das nicht machbar. Ich weiß nicht, Mr. Funny. So. Wo müssen wir lang? Eigentlich ist der Weg relativ einfach. Das Problem ist halt ja, wie gesagt. Da sind so viele Gegner. So. Wir könnten vielleicht Glück haben. Und die kommen dann jetzt hier runter. Wo bist du denn? Du kleiner Drecksack. Vielleicht haben wir ja Glück. Die kommen hier hin. Gehen wir mal hier hin. Und gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay. Wir wissen. Okay, jetzt kommen sie. Okay. Nummer 2 erledigt. Hat uns einmal erwischt. Das ist aber nicht so schlimm. Wir... Gucken mal. Vielleicht können wir den ja nochmal anlocken. Aber... Oh wei. Gehen wir mal hier rum. Wo sind die denn? Hm. Da kommt wohl einer. Na komm. Komm. Er kommt. Also ich hoffe er kommt. Ist klar. Der sieht den Typen da liegen. Und kommt nicht. Sie sind gerade sehr mutig. Ein bisschen übermütig sogar. Okay. Das dürfte es gewesen sein. Wir müssen hier mal aufpassen. Dass wir hier wohl nicht durch ähm... Den was auch immer da gehen. Ähm... Den was auch immer da gehen. Oder... Täuscht das? Ja es täuscht. Okay. Super. Und... Soweit ich mich noch erinnern kann. Manch... Kommen bestimmt gleich noch Gegner. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt gewesen ist. Es wäre jetzt wirklich schade... Wenn wir sterben würden. So wo müssen wir denn hin? Wo oder was ist hier der Aufzug? Äh... Ja... Also ich würde ja behaupten... Das hier ist der Aufzug. Und er ist es auch. Oh wei. Genau da oben ist noch einer. Fetti. Son of a bitch. Bam. Den haben wir erwischt. Boah wir können hier speichern. Machen wir natürlich auch. Puh. Anstrengend. Sehr anstrengend das Spiel. Ich glaube wir wechseln einfach mal... zur... Pistole. Da unten geht's ab. Guck mal wie viele da sind. Ist klar Junge. So. Ja die Pistole ist in der Hinsicht ist sie besser. Da hinten kommt er. Da hinten kommt er. Da unten kommt er. Dün t. adelphia. Dün t.